Ah, na toll. Äh, festhalten, festhalten, ja, 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 ja. Ja, äh, kann ich mich auch irgendwie ranziehen? Uah, verdammt. Ja, ranziehen, ranziehen. Äh, au. Weg, 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 weg. Au. Ja, das hab ich auch gespürt. Nein. Ja. Ah, kacke. Also gleichzeitig hochziehen und, äh, rumgundeln. Uah. Geh mal rüber. Äh, nein, nicht an den Felsen knallen. Ja, komm, komm, komm. Gleich haben wir die Kutsche. Ja, ja. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Der Weg wird immer kürzer. Ja, und nun? Alter, lass mich da hoch. Wo bist du, Master? Ja, direkt hinter dir. Nase, Bär. Neh, neh. Neh, komm, neh. Neh. Weg, halt. Verabschuhe Hülle. Oh, Mann. Quatsch, hast du. Boing. Weg mit. Oh, ja, nein, nein, nein. Nicht da drüber. Und, schaboom. Ja, 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 da, da kannst du drüber. Haha, da kann er drüber. Gondeln. Gut, die wär weg. So, jetzt muss ich aufpassen. Über den Schotterweg hier. Da darf ich nicht drüber, sonst geht unsere Kutsche kaputt. Äh. Ja, genau. Ich sag's auch noch. Ah, da ist er doch. Stell mal, Bastard. Hier, Bomm. Und Bäm. Und tschüss. Aber da, woher. Ja, komm. Und nochmal. Juhu. Eigentlich ist das seine Kutsche im Vorteil. Weil die ja dicker ist. Bisschen massiver, größer. Oh, 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 oh. Halt, da rüber. Das schaffen wir sonst nicht. Alter, was ist das hier für ein Trampelpfad? Das kenn ich vom Alter hier nicht so. Und. Schaboing. Äh. Nein. Ja. Äh. Es liebt auch so gut. Der erste Fail. Mal wieder. So, wo bist du jetzt, Kollege? Kamera. Könntest du. Und. Schaboom. Halt. Da rüber. Ja, komm mal her. Hahaha. Trottel. Rüber, rüber, rüber. So. Und. Skadusch. Ja. So, warte. Erstmal wieder rüber. So, Freundchen. Ja. Nein. Oh Gott, oh Gott. Da hab ich jetzt richtig fett. Da bin ich jetzt richtig fett drüber gedonnert. Nehmt dies. Nehmt dies. Störp, bastard. Halte ihn! Halte ihn! Die harte Tour. 100% Synchro. Na gut, hat trotzdem gereicht. So. Bringt mir seinen Kopf, oder werft euch in die nächste Schlucht! Verwundeter Adler, den Templer-Hauptmann Leanderos hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschaffen sie sich das Tagebuch. Mindestens fünf Wachen aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Ach du Heilige. Na komm, greift an. Kommt Jungs! Einmal, zwei. Dass er nicht die versteckte Klinge gleich ausrüstet. Was immer manuell machen muss. So. Achso, Leichen plündern. Okay. Kann man machen. Mal gucken, ob die was bei sich haben. Phosphor. Ja, das brauchen wir auch später. Nebelbombe. Ja, wir können später auch Bomben herstellen, die wir gebrauchen können. Aber jetzt haben wir das noch nicht. Ja, indisches Pulver. Wunderbar. Aus einem Heuhaufen. Aus einem Heuhaufen. Oh Mann. Da sind wieder böse angeschlagen. Der arme Herr Auditor. Boah, warum ist die Kamera so schief? Oh. Haben wir hier einen Heuhaufen irgendwo? Da könnte man da auch schon mal den ersten wegpollern. Ach, der sieht mich eh nicht. Der Kaspar-Kopf. Er ist doch blind mit beiden Augen. Hier, guck. Skadusch. Hat der auch irgendwas dabei? Ach, bisschen Kohle und Wurfmesser. Salpeter. Ja, super. Salpeter kann ich nicht gebrauchen. Ja, früher warst du ja auch jünger, mein Freund. So, genau. Äh, halt. Ah. Wunderbar. Da unten, da ist er lang gedackelt. Ich brauche mal einen Heuhaufen oder irgendwie sowas. Da hinten, da ist mal einer. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich hier keine Wache sieht. Denn das wäre blöd. Naja, Adlersinn habe ich eben gedrückt, Kollege. So, jetzt warte mal, bis der da weg ist. Der kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Hopp. Ja, scheiße, dass wir pfeifen können. Ja, der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder. Du kommst gleich wieder. Ja, komm. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Süßer, kleiner, Spasti. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Schnucki Puppi. Komm, gut, 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 gut. Komm. Ja, 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 ja. Komm, kuscheln. So. Okay. Ich habe gar keinen Umhang an, du Nasenbär. Okay. Jetzt. Wo könnte man jetzt als... Also noch einer. Hey, der Witzker. Drehen die sich jetzt rum, oder? Was glaubst du, wo der herkommt? Aber... Bin schon wieder weg. Ja, stöhnen wohl nicht so rum. Hm. Ja, ich weiß. Er ist da lang. Alter! Du steig. Okay, da hinten sind auch zwei. Ich könnte mal wieder so einen Heuhaufen gebrauchen. Ach, da oben. Da ist auch einer. Ah, ja. Hm. 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 Fünf Wachen aus einem Heuhaufen heraus. Ja, nee. Ist klar. Ja. Klettern können wir nicht. Warte mal. Können wir uns so an den... Können wir uns so an den vorbeischleichen? Bemerken die uns? Ha. Natürlich nicht. Ja, ja, ja. Adler-Sinn. Da hinten, da ist er lang gedackelt. Aber ich suche jetzt noch einen Heuhaufen. No. Dass ich mich jetzt hier verlaufe, oder so. Uah. Hallo. Guten Tag. Okay. Also die kann ich jetzt nicht platt machen. Verstehe. Dann müssen wir da... Oh. Ist doch merkwürdig an dem. Ja. Du bist merkwürdig. Beziehungsweise deine Mutter. So. Jetzt verpisst euch mal da oben. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. So. Irgendwo ist doch hier noch ein Heuhaufen. Oder nicht. Hm. Da dackele ich jetzt hier in der Gegend rum. Oh, guck mal, das ist ein Untertauchen. Ja. Danke. Ich seh' kann. Klappe. Ich pass' hier genauso her wie du. Okay, da ist er lang gedackelt. Ich krieg hier so langsam echt ein bisschen Aggress. Gebt mir einen Heuhaufen. Wo ich mich reinkraxeln kann. Ach, dackel mal dem Kollegen da hinterher. Er bemerkt mich eh net. Ah, hallo. Herr Heuhaufen. Kommt er her? Komm er her. Oh, ha, 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 ha. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, ich hab Schokolade. Komm in mein Liebesnest. Oh, jetzt muss natürlich noch der andere los. So. Aha. Okay. Da ist der andere. Gibt's denn noch irgendwo einen Heuhaufen? Bäh. Verdammt. Ich hoffe, den hätte ich nicht gebraucht. Hö, hö, hö. Rennen kann ich net. Ah, doch. Rennen kann ich. Da hinten ist kein Heuhaufen. Na schön. Ich glaub, hier kriegen wir keine 100%. Leider. So, warte. Da oben. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwerten? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich. Und nicht für dich. Könntet das Schwein? Bringt ihn um! Ergreif ihn, Brüder! Komm. Aua. Okay. Schlecht reagiert. So. Einmal. Zweimal. Und rein in die hohle Birne. So, erstmal plündern. Ah, Medizin. Sehr schön. Elmedizin. Da geht's doch schon gleich viel besser. Sag ich doch. So, warte. Da hinten. Da ist auch noch einer. Uah. Bin schon weg. Bin schon weg. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Lalalala. Irgendwo müssen doch hier noch Heuhaufen sein, oder? Was ist auch so ein Trainingsgelände hier? Ah. Hallo. Lächeln. Gut. Den hätte man. Uah. Da oben. Da sieht mich wer. Das ist nicht doll. Hm. Da ist auch noch einer. Und da hinten steht auch noch einer. Ah. Uah. Wie kriege ich Eich Kaschwa weg? Da hinten stehen noch zwei. So, warte mal. Der würde mich sehen. Wenn ich mich jetzt um den da kümmere. Warte, warte, warte. Guck mal ums Eck rum. Okay. Der wäre fort. Schnappe ich mir mal den da hinten. Und ach. So, warte, warte, warte. Warte. Ich habe aber leider, kann ich kein Doppelattentat machen. Das ist, äh, nicht so doll. Kommt da einer von den Kameraden da vorbei, oder? Einen brauche ich noch. Da hinten, da ist auch noch, äh, ein Dingsgebumms. So. Okay, die kommen nicht her. Da haben wir vier. Aber hier kommt auch keiner her. Warte, warte mal. Da hinten, da hinten. Da bewegt sich doch was. Hm. Das ist jetzt blöd. Ich brauche doch nur noch einen. Einen, den ich aus einem Heu verstecke. Platt machen kann. So. Und jetzt? Oh. Yeah. Warte mal, kann ich die anlocken, irgendwie? Ich bin mir dieses pflegelhafte Benehmen äußerst unangebracht. Niemand muss etwas wissen. Schiebt eure Ärsche hier rüber. Weg abschneiden! Äh. Okay. Ich ziehe das hier alles nur in die Länge, deshalb... Kann man da hinten noch schnell was machen? Ist da hinten noch irgendwie was? Heuhaufen technisch. Dass ich den da vielleicht... Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Wie viele habt ihr heute getötet? Ich hab nicht genug Finger zum Zählen. Und meine Zehen kann ich nicht sehen. Äh. Jetzt hapert's an dem einen Spacker oder wat? An dem einen hängt's jetzt oder wie oder wat? Nee, jetzt. Hab ich dir das von dem Patriarchus Simeon erzählt? Eieieieiei. Ach, komm. Lass gut sein. Mir war das zu blöd. Aua. Hey, du Sack. Uah. Hey, ich hab's doch. Ach, klasse. Wie komm ich jetzt da hoch? Ja, super. Jetzt schießt er mit seiner blöden Büchse da rum. Na, zum Glück trifft er es da nicht. So, ist da noch irgendwie... Ist ja froh, dass ich euch hab leben lassen. Oh oh. Ich glaub, die Idee war auch nicht so gut. Bin ich jetzt tot? Lebe ich jetzt noch? Oder... Äh, kann der auch schneller schwimmen? Ich glaub, mit dem Eiswasser... Ah, dann doch kann er. So. Das ist das erste Mal, dass ich hier runtergeputzelt bin. Mann, bin ich schlecht. Warte mal. Weg. Weg. So. Jetzt sind wir wenigstens Ruhe. Ruhe und Frieden. Mann, stelle ich mich wieder blöde an heute. Warte, warte, warte. Da oben, da hab ich was gesehen. Gesehen. Klasse. Komm ich da hoch? Wui. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winzeln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Ah, Niccolopoulos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massivschlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist es nicht für euch und nicht für die Templer. Ah, behalte Altaïas Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Ach, das fuchst mich jetzt. Komm, ein Plünderer. Ach, zu spät. 50% Synchro. Ach, Mann. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du.